Herzlich willkommen zu Frankfurt Aktuell. Ja, diesen Mittwoch ist es soweit. Der große Lockdown auch hier in Frankfurt Oder. Und wir haben uns heute mal Jacqueline Eckert, die Kinderbeauftragte der Stadt, eingeladen. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Frau Eckert, der Lockdown, wir haben ja die Erfahrungen aus Anfang des Jahres. Das ist natürlich auch eine ganz schlimme Geschichte, gerade für Kinder, die darunter ja leiden, auch zu Hause sein zu müssen. Jetzt will ich aber erst noch mal vorweggreifen. Es war ja so ein bisschen verwirrend seit Sonntag. Sind bestimmte Kitas geöffnet oder nicht? Wie kam das zustande? Also zunächst einmal, glaube ich, sind die Kitas geöffnet. Die Eltern können selber entscheiden, inwiefern sie ihre Kinder zu Hause lassen können, um das Infektionsgeschehen nicht weiter aufkommen zu lassen. Ist ähnlich wie mit der Schulpflicht, die wurde sozusagen ausgesetzt. Genau. Also so, dass man die Möglichkeit hat, tatsächlich das Kind zu Hause zu lassen. Und ja, obwohl es ja eine Schulpflicht also gibt. Aber im Grunde haben die Kindertagesstätten und Schulen geöffnet. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt die sogenannte Notbetreuung gibt, sondern die Tagesstätten haben ganz normal geöffnet. Aber natürlich die Bitte, wenn irgendwie möglich und man als Familie das irgendwie sicherstellen kann, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen, um eben das runterzufahren, das Infektionsgeschehen. Viele Eltern werden das sicherlich auch freiwillig gerne tun, ihre Kinder zu Hause zu lassen und jetzt keiner Gefahr noch auszusetzen. Was macht denn das mit Kindern überhaupt jetzt dann so, naja, ich will jetzt nicht sagen eingesperrt, aber im Grunde genommen ist es ja schon so, dass man zu Hause bleiben soll. Jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht nicht ganz so schlimm oder doch gerade zu dieser Zeit? Ich glaube, es ist so und so. Also zum einen gibt es sicherlich, ich sage mal, Weihnachten ist ja immer damit verbunden, dass man sagt, man kommt mal zur Ruhe, man ist in Familie, man hat Zeit miteinander. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr relativ viel Zeit miteinander verbracht, aufgrund der Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind. Und natürlich ist es so, dass das an Kindern nicht spurlos vorbeigeht. Also sicherlich wird Weihnachten mit den Geschenken, wenn es denn, also die Wünsche auch erfüllt werden können und das muss man ja auch immer nochmal an der Stelle sagen, dass es da vielen Familien vermutlich in diesem Jahr nicht ganz so leicht fällt, den Kindern die Wünsche zu erfüllen. Wird es aber trotzdem so sein, dass sich ganz viele Eltern die Mühe geben, dass es für die Kinder nicht so schlimm wird, wie wir es alle befürchten. Ist es vielleicht sogar so, dass es vielleicht sogar, ja ich sage mal, den Zusammenhalt der Familie vielleicht sogar auch ein bisschen stärkt? Na gut, das ist der positive Ansatz, den wir versuchen alle zu fahren, so dass wir alle sagen, natürlich trägt es dazu bei, dass man sich wieder auf sich besinnt, auf das eigentlich Wichtige. Aber es kann natürlich auch dazu kommen, und das ist uns allen ganz klar, dass es natürlich auch aufgrund der verschärften Situationen, der Ängste von Eltern auch zu Situationen kommen könnte in Familien, dass es eben nicht so gut läuft. Wo können sich denn Elternteile hinwenden, wenn sie merken, sie sind total überfordert mit ihrem Kind? Gibt es da irgendwie eine Hotline, die man anrufen kann in dieser Zeit jetzt? Also es gibt, eine Hotline ist es nicht, es ist eine Notrufnummer. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Bis Weihnachten und auch zwischen den Jahren ist das Amt Jugend und Soziales besetzt. Dann kann man hier über die normale Hausnummer die Mitarbeiter erreichen und die werden dann weitergeleitet an die ASD-Mitglieder, also Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Und es gibt aber auch an Weihnachten eine Nothilfenummer vom Kinder- und Jugendnotdienst, der hier in Frankfurt-Oder sitzt. Das ist eine kostenlose Nummer. Da können sich Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern hinwenden. Die werden erst mal beraten und erst mal am Telefon. Und dann muss es aber einen Termin geben, weil die natürlich auch unter dem Hygienekonzept liegen. Und die müssen das einfach ein bisschen planen, damit sie da keine Fehler machen. Und wir wollen es mal gar nicht so schwarz malen, wenn es jetzt aber einfach Eltern gibt, die fragen, oh mein Gott, was kann ich denn jetzt noch mit meinem Kind irgendwie anstellen, ja, zu Hause in den vier Wänden. Einfach so ganz banale Dinge. Gibt es da irgendwelche Tipps oder einfach nur vor den Fernseher setzen und sagen, viel Spaß? Naja, also ich bin ja ein großer Fan von so Traditionen, die wir natürlich auch versuchen aufrechtzuerhalten. Sie sind ja selber Mutter von mehreren Kindern. Genau, von zwei Mädchen. Aber da ist das eben auch so, dass es irgendwie jetzt auch langsam besser werden muss, weil die einfach auch nicht wie im Frühjahr auch mal rausgehen können, so wie sie es da tun konnten. Also müssen wir dafür sorgen, dass es also Winterspaziergänge gibt, Weihnachtsspaziergänge gibt, damit die einfach auch mal ein bisschen auslüften können. Natürlich ist auch gemeinsame Fernsehzeit. Bei uns ist es immer der 23. Dezember, wo wir gemeinsam Kevin allein zu Hause gucken, im Schlafanzug, alle auf der Couch, damit einfach so ein Wohlfühleffekt auch eintritt. Weil ich glaube, das ist für Kinder ganz wichtig, dass sie merken, also es geht uns allen so und auch die Erwachsenen sind ja davon nicht ausgenommen. Und wir müssen, aber wir sind in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass es einfach auch schöne Momente gibt an Heiligabend und an Weihnachten. Na, dann hoffen wir doch auf ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neujahr. Vielen Dank, Jacqueline Eckert, für Ihr schnelles Vorbeikommen hier bei uns im Studio. Ja, und auch Ihnen und Ihrer Familie. Alles gut und viel Spaß bei Kevin allein. Dankeschön, haben wir bestimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020